Wenn Sie der Ampelregierung einen Maßnahmenkatalog aufschreiben sollten, nächste Woche umzusetzen, was wäre das? Ich würde zunächst mal tatsächlich an allen Grenzübergängen stationäre Grenzkontrollen einführen. Denn Grenzkontrollen wirken, wir haben es in Bayern gesehen, die Schleusungen nehmen ab und es funktioniert. Das Zweite ist, wir müssen ganz, ganz dringend weg von Geldleistungen, hin zu Chipkarten, zu Sachleistungen, denn damit wird einfach ein großer Anreiz, auch Geld wieder in die Heimat schicken zu können, weggenommen. Und wir brauchen einfach ein ganz deutliches, ein klares Signal auch des Bundeskanzlers, der sagt, es geht nicht mehr. Und der auch in die Welt das Signal sendet, wir sind an der Grenze anbelangt, wir helfen gerne, aber auch unsere Kapazitäten sind beschränkt, kommt nicht mehr. Und alle drei Punkte vermisse ich ganz, ganz stark. Könnten Sie denn in Ihrem Landkreis kurzfristig auf Sachleistungen umstellen und eine Bezahlkarte einführen zum Beispiel? Nun ist es technisch, es wird technisch gerade in Bayern geprüft, dass wir es dementsprechend auch machen. Das Innenministerium ist da dran. Es ist ein riesiger administrativer Aufwand, jetzt wieder in Sachleistungen reinzugehen, das dementsprechend zu machen. Deswegen wäre ich tatsächlich ein großer Fan von der Chipkarte, mit der ich bestimmte Waren kaufen kann, mit der ich bestimmte Sachen auch erlangen kann, wo dann auch bestimmte Sachen nicht gemacht werden können. Vor allem aber, mit der ich eines vermeiden kann, dass einfach Gelder tatsächlich dann transferiert werden, sei es an Schleuser gehen, sei es an die Heimatfamilien gehen. Und der Anreiz vor allem auch zu sagen, ich ziehe die Verfahren ewig lang hinaus, weil während der Zeit bekomme ich ja noch Geld, der ist einfach verheerend. Haben Sie das Gefühl, dass die Probleme auf diesen Großgipfeln in Berlin erkannt und gelöst werden? Ich glaube, was die Ministerpräsidentenebene anbelangt, da sind die Probleme präsent. Und es gibt ja auch parteiübergreifend kaum jemanden, der es nicht erkannt hat, dass wir da Herausforderungen haben. Was die Bundesregierung anbelangt, habe ich tatsächlich etwas meine Zweifel. Ich glaube, die FDP ist inzwischen auch dort bei der Erkenntnis angelangt, dass es so nicht weitergehen kann. Aber die beiden anderen Ampelparteien brauchen in Teilen jedenfalls noch länger. Nun waren Sie auch Bauminister und Wohnungsnot gab es auch schon vor der Migrationskrise. Und die jetzige Regierung ist angetreten, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Wobei jemand noch nicht so genau weiß, ob Frau Geibitz die selbst, also staatliche Wohnungen bauen möchte oder ob das auch private zählen. Warum kriegt Deutschland die Wohnungsnot nicht in den Griff? Weil wir uns inzwischen eine Riesenkomplexität an Regelungen leisten. Wenn wir anschauen, dass wir allein in der staatlichen Regulierung schon einiges haben, aber wir haben eine große private Regulierung mit den DIN-Vorschriften, an die man endlich mal ran müsste, wo man sagen müsste, ist es gut und recht, dass wir alles regulieren, alles bis ins Detail festlegen. Aber wenn ich effektiv, günstig und trotzdem gut bauen will, das konnte man komischerweise vor 30, 40 Jahren auch. Die Häuser stehen immer noch und es hat manche oder vielseitige DIN-Vorschriften damals noch nicht gegeben. Deswegen, wir müssten auch von der privaten Regulierung runter. Und wir brauchen einfach auch den Mut, dort wieder mehr zuzulassen, mehr Freiheit zuzulassen. Ja, weil nicht auszudenken, wenn die Treppennorm 1824, wenn die entfällt und jeder einfach die Steigung einer Treppe selbst bestimmt. Das wäre natürlich tragisch, das wäre auch ein Umstellungseffekt, aber das sind ja noch harmlose Sachen. Aber wenn Sie sich anschauen, was Lärmvorschriften anbelangt, was Lüftungen anbelangt, was vieles, vieles mehr anbelangt. Und wir neigen ja als Land auch dazu, auch bei den staatlichen Programmen, dass wir möglichst viel reinpacken wollen. Dann brauchen wir das Letzte, was Barrierefreiheit anbelangt. Das ist richtig und ist wichtig, aber ob ich in einem 20-Parteien-Haus alle 20 Wohnungen barrierefrei haben muss oder vielleicht nur ein Geschoss. Das sind einfach Punkte, über die man mal reden muss, über die man offen diskutieren muss und auch den Mut haben muss, sich vielleicht einfach von alten Zöpfen zu trennen. Nun gab es ja kurz einen Baugipfel im Kanzleramt. Da gab es einige Erleichterungen und man wollte, glaube ich, auch die Standards ein bisschen absenken. Man hat sich darauf verständigt, dass ein Umweltstandard nicht so hart eingeführt wird, wie es geplant gewesen ist. Also kommt jetzt der Boom? Es wird noch dauern. Es wird tatsächlich einfach dauern, bis ich glaube, der staatliche, der geförderte Wohnungsbau, der wird weitergehen. Da sind auch die Mittelabfüße entsprechend da. Was den privaten Wohnungsbau anbelangt, wird es einfach noch eine Zeit lang dauern, bis auch wieder das Vertrauen da ist, dass es was weitergeht. Und wir sehen ja auch eines. Wenn wir uns anschauen, was binnen kürzer Zeit im Baubereich an Vertrauen zerstört wurde. Man hat KfW-Förderungen über die Nacht abgeschafft. Man hat mal kurz überlegt, naja, dann führe ich eine Gebäudesanierung ein, die auch Häuser errichtet, die vor 20 Jahren ganz rechtmäßig genau so errichtet wurden, wie sie jetzt stehen. Wie soll ich denn jemandem redlicherweise nahelegen, zu sagen, investier dein Geld in Wohnungen, die du an andere vermietest, wenn ich nicht weiß, ob ich dann wenigstens in 30 Jahren das Haus abbezahlt habe und dann sagen kann, okay, und jetzt kann ich damit meine Rente bezahlen und dann kommt die nächste Vorschrift. Es kann so nicht funktionieren, sondern wir brauchen einfach, wir brauchen Sicherheit in diesem Bereich und wir brauchen vor allem Vertrauen. Und das Vertrauen wird aktuell nicht gegeben. Ich habe mit dem Landrat von Günzburg, mit Hans Reichert gesprochen, darüber, was er von der Bundesregierung erwartet und warum vieles in der Migrationspolitik so schief läuft und was er versucht, bei sich im Landkreis dagegen zu tun. Sehr spannendes Gespräch. Er sagt auch, was er vom Bundeskanzler erwartet und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Einfach mal reinschauen in voller Länge auf www.news.de, N-I-U-S, ich zähle auf Sie.